So, dann geht's jetzt auch schon weiter mit diesem tollen Artikel. Journalist ermordet? Das ist es. Es geschah am 5. Dezember vor zwölf Jahren. Oh, ein Tag von Nikolaus. Sein Leichnam wurde also am 5. Dezember um 10.35 Uhr gefunden. Das ist der Zwischenfall, den ich in meiner Rückblende gesehen habe. War das nach? Mom und Dads verschwinden? Scheinbar haben sie den Täter nie gefasst. Bis zu seinem Tod hatte Kairos Informationen zum Busunfall in Karko gesammelt. Tja, Karko, sag ich ja. Von Geld ist nicht die Rede. Wenn Geld nicht das Motiv war, was war es dann? Wenn es etwas mit dem Unfall zu tun hatte, könnte Wonjin damit zu tun haben. Es geschah im nächsten Ort. Der verunglückte Bus ist dort vorbeigefahren. Onkel Derrick konnte gut recherchieren. Ich könnte den Zug dorthin nehmen. Die Polizei hat das Memo untersucht, dass er bei sich trug. Ich möchte zu gern wissen, was darin stand. Gut, und aktualisieren wir einmal unser... Ach ja. Wir haben den Busunfall. Äh, Mordfall. Und wir können das hier kompletieren. Das muss gewesen sein, nachdem er seine Schulden zurückgezahlt hat. Wurde Onkel Derrick getötet, als er diesen Busunfall untersucht hat. Einserhaltende Rückbände wurden überprüft. Und? Hier wurde Onkel Derrick ermordet. Am 5. Dezember An einer Haltestelle im Nachbarort. Onkel Derrick wurde ermordet. Er hatte scheinbar einen Busunfall untersucht. Gut, wir wissen jetzt, dass Eason unbedingt dieses Memo haben will. Also, machen wir uns jetzt auf die Suche. Bissensweise gehen wir jetzt zum Bahnhof. Los. Das ist der Bahnhof, weil wir ganz unten. Ja. Oh, guck mal, da steht Ben. Was hat Ben denn zu erzählen? Hey, Eason, kann ich dich etwas fragen? Na klar, worum geht's? Weißt du, ich habe dieses fantastische Mädchen kennengelernt. Oh Gott. Nun schau mich nicht so an. Vergiss es, okay? Vergiss es einfach. Was ne Zicke. Ich habe dich ganz normal angesehen. Äh, ehrlich? Wirklich? Na gut. Dann erzähl ich dir noch ein bisschen. Weißt du? Ach, egal. Wäre doch eh reine Zeitverschwendung. Hey, warte mal. Ich gehe nach Hause, bis dann Eason. Oh Gott. Ben wird sich sicher nie ändern. Oh, dann wollen wir mal dahin. Ich sollte unbedingt herausfinden, wo Onkel Derkel ermordet wurde. Ich denke schon. Auf zum Tatort. Guck mal, Ben ist ein richtiger Womanizer. Wow. Das ist ja näher, als ich dachte. Mal sehen. Es müsste gleich hier irgendwo sein. Na bitte, der Stift leuchtet. Ja, wir graben an. So. Also hier liegt der ungefähr. Mal hier mal ein Loch. Na toll. Los, Loch. Geht doch. Jetzt gucken wir. Ich kann niemanden von hier retten. Man untersuchen will immer. Das Memo ist das. Was hat Onkel Derkel da? Boah. Wir dürfen uns in seinem Laden umsehen. Ich sollte zumindest so tun. Hier, bitte sehr. Ich habe diese Notiz geschrieben und sie Irwin gegeben. Irwin, was hast du vor? Ja, im Grunde hat er mir damit den Hinweis gegeben. Ich habe deinen Onkel umgebracht. Das ist der Bahnhof. Ob sich die Vergangenheit verändert hat und ich nie in diesem Nachbarort war? Äh, gute Frage. Jedenfalls will er da nicht noch mal hin. Gut. Gibt er mir jetzt irgendeinen Hinweis, wo er hin will? Nö, tut er nicht. Da gehe ich mal ins Kronos. Hier war ich doch erst. Ja. Und was man nach Hause geht? Onkel Derkel. Hier, Kaffee für dich. Oh, jetzt kommt diese ganz tollen Erinnerungen mit Onkel Derkel. Der, der einständig angeschrien hat. Der Kaffee. Wenn Onkel Derkel das Kronos hätte weiterführen können. Wenn das Kronos mehr Gäste gehabt hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Das ist es. Wenn ich den Mord an Onkel Derkel nicht ungeschehen machen kann, muss ich eben ändern, was zuvor geschehen ist. Ich werde mich morgen in Kronos umhören. Oh, intuitiv den richtigen Weg gewählt. Ich bin ja so klug. Was wolltest du uns fragen? Och, jetzt kommt der Mist. Das finde ich, das ist das Unnötigste im ganzen Spiel. Aber ihr werdet sehen. Es geht um das Klaffee hier um die Ecke. Was möchtest du denn hier auszeigen? Rückblende? Okay, Derik ist im Kronos. Die Anzeiten und Rückblende wurden überprüft. Aha. Wenn das Kronos gut läuft, das ist ein toller Titel. Naja. Mach mir hier mal zu. Und reden mit Wind. Wie man das Café beliebt macht? Man könnte anbieten, dass kostenlos nachgeschenkt wird. Das fände ich cool. Super Idee, danke. Ich notiere mir das. Und was sagt Ben? Hm. Etwas, das die Leute dazu bringt, das Café zu besuchen. Vielleicht eine hübsche Kellnerin. Da würden jede Menge Leute kommen. Super Idee, danke. Ich notiere mir das. Ideen-Memo erhalten. Na prima. Hast du nur was zu sagen? Ich stelle vor, wir könnten so viel trinken, wie wir wollten. Das würde... Aha, super Idee, danke. Ja, toll. Was hast du? Und es wäre besonders nett, wenn diese Kellnerin eine tolle Uniform tragen würde. Äh, okay. Ich denke, ich kann... Ich schätze. Das kann ich auch aufschreiben. Wollt ihr noch was zu sagen? Ich stelle mir warme, duftende Caps vor und jemanden, der sie gut zubereiten kann. Super Idee, danke. Ich notiere mir das. Und was sagt er nochmal? Außerdem braucht er ein Kaffee, eine gute Atmosphäre. Aber das ist eher zweitrangig. Danke für die Hilfe, wenn ich notiere mir das. So, was sagt er nochmal? Hm. Ansonsten fällt mir nichts weiter ein. Und dir? Vergiss es, ich bin total ausgelaucht. Gut. So. Jetzt müssen wir durch die ganze Stadt laufen. Und reden wir erst mit ihm. Hey, Eason. Bedrückt dich ihr in etwas? Kann ich dir helfen? Äh, nein, danke. Nicht wirklich. Er könnte mir eigentlich etwas über das Kaffee sagen. Mister. Ach, egal. Was braucht ein Kaffee, damit es gut läuft? Ist es um ein Kaffee? Ja, ein Freund von mir hat eins eröffnet. Naja, der Laden läuft nicht besonders gut. Was ihr Kairos immer nur mit Kaffees habt. Ein verstorbener Onkel hatte auch eine Weile einen Kaffee, nicht wahr? Ja. Ja, hatte er. Genau dazu wollte ich etwas wissen. Allerdings würde es eine Weile dauern, um alles zu erklären. Mal sehen. Die Zutaten für ein erfolgreiches Kaffee. Ich wäre Ihnen für jede Idee dankbar. Hm? Hm? Äh. Tut mir leid, Eason. Aber für dich kann ich nicht helfen. Ist schon in Ordnung. Tut mir leid wegen dieser komischen Frage. Ich glaube, das sollte ich. Was? Aber ich bin jederzeit für dich da, wenn du etwas anderes wissen möchtest. Ich glaube, das stand so viel wie das brauche ich mir nicht notieren. Wir spät kommen. Gut. Ja, ich würde sagen, das Video ist jetzt vorbei. Und wir gucken dann im nächsten Video, wo wir dann alle Zutaten für ein tolles Kaffee besorgt bekommen. Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tim Oxen. Untertitelung des ZDF, 2020